So, ich bin immer noch hier irgendwo in einer Wohnung mitten in Deutschland gefangen und muss eine IKEA Küche aufbauen. Eins vorweg, ich kriege kein Geld von IKEA oder von dem Besitzer der Küche, dass ich sie aufbaue. Ich mache den ganzen Spaß nur, dass ich Videomaterial zusammen kriege. In dieser Folge bauen wir die Schubladen zusammen. Schaut mir dabei zu. Viel Spaß! Musik 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 So, Schubladen habe ich alle fertig. Das war vielleicht eine schöne Arbeit. Könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Am besten ihr baut mal selber welche. So, jetzt darf ich mal für einen Tag hier aus dieser Wohnung raus, um bei mir in der Firma die Arbeitsplatten fertig zu machen. Das wird dann Teil 3. Viel Spaß, bis dahin. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020